Ihr habt doch sicherlich alle daran gedacht, meine HSV-HSV-Version runterzuladen. Der fernbrennte da vorne. Ich weiß nicht mal, wo die war. Oder welche, dass der da war. Weil an diesem einen Abend wurden sehr viele Dateien da gepostet. Ich weiß nicht welche. Weil der Ruti beleuchtet die Strecke mit einem brennenden Wirbel. Das ist echt geil aus. Also zumindest, nein. Absolut. Du musst nur der Fackel hinterherfahren. Ben, müsstest du mir die nochmal... Sogar der Rauch brennt teilweise. Ich könnte dir auch nochmal per PN schicken, ja. Du musstest mir nur sagen, wo ich es dann austauschen muss und dann passt es. Danke. Schick das einfach, wenn der das nächste mal drankommt, dann halt eben als Erinnerung nochmal. Dann halt die neueste und finale Version. Meinst du, er wird nochmal dran gewerkelt oder was? Keine Ahnung. Also ich habe jetzt nichts mehr geändert. Das einzige, wo ich noch was dran ändert muss, ist eigentlich die CanX-Version vom HSV. Oh geil. Das musst du dann auch als Sounds einfügen, als Hooper, ja? Aber in der Hooper ist es dann, wenn ich schon mal drückwärts geholt, ist es meine Oma. Am besten ist es dann, wenn es denn so schön gepitcht wird. Der HSV Coupé Eddy Edition.